die gelbe kanone ich mag gelb Gott sei dank, wir haben es geschafft sind wir schon wieder hier? what the heck was kann die jetzt neues? kann ich jetzt auch so bauen ok ich glaube das war die mit der man hinten oh die future ok legal kind ok we out ah middle maus macht was macht das macht das macht die mittlere maustaste was bringt das oh das ist einmal geil richtig geil mal geht durch für die screen shakes ich mag irgendwie durchkommen wie komm ich denn hier durch wie komm ich denn hier durch? das finde ich aber kund dem laser aber wie komm ich denn hier durch? wollen wir hier das zeug abschneiden komm ich trotzdem nicht durch mensch meyer holy shit balls wieso wieso? jetzt hab ich hier nochmal so ein komisches hakenkreuz genau weil ich kann ja hier das zeug abschneiden theoretisch irgendwie baut sich das extrem schnell wieder auf komm ich hier nicht rein oder was? schaut schlecht aus ich kann was bauen aber ich kann es nicht abreißen hm da war ich doch grad schon mal drin na gut middle maus die richtung ist das jetzt verstehe ich das verschiebt die Dinger aaaah i see o ich bin mir doch grad vorher schon mal ah jetzt kann ich das da machen oder? es ist doch die Kanone die das kann oder? nein nicht so als die Rote nein so war das nicht die weiß die rote das hinter dem glas machen konnte okay das wird er da waren wir schon da konnte ich vorher nicht durch hier waren wir so lala durch glaube ich wohl what the fuck ja geht das hier komme ich scheinbar nicht wo wir sind viele von den dingern spätbar du mir er ist das klingt gut das klingt echt gut ein sollten uns hier so ein kleines quadrat bauen können aus gelben blöcken den den dünn 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 schon viele leitern sind sitzen dünn um wir haben ganz wenig das ist ein größeres vierkonten mann die die weg genoog Nein. Oh, das ruht ich gar nicht. Verdammt. Sie ist so knapp vor der roten. Ich hoffe zumindest. Normalerweise ist der Weg am Anfang immer länger als die am Schluss, so weit ich mich erinnern kann an das Spiel. Ich mag gelb. Oh. Aber die rote Krone ist noch viel geiler. So. Also die rote Krone ist noch nicht gelbres. So. 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 Wohl, dann können wir das da machen. So, ich bin irgendwo dahinten. Oh, was ist das? Obwohl, ich war nicht doch... Also, das kann ich mich noch erinnern, das war unmöglich. Das habe ich nicht so lange versucht, dass hier direkt die Kanone war. Das Ding ist unmöglich. So. Obwohl, jetzt ist es unmöglich. Jetzt möchte ich es doch nochmal probieren. Ich habe das im Kopf als unmöglich. Was machen die Dinger? Ah, genau, die respawnen immer wieder, genau. Ja, das wäre echt unmöglich. Da kann man gar nicht hin. Okay. Wo waren jetzt Sachen, die ich vorhin nicht geschafft... Den Zettel kann ich mal wieder wegpacken. Das Level haben wir schon geschafft. So, wo waren jetzt noch Sachen, die ich vorhin noch nicht machen konnte? Hier zum Beispiel, der Geheimgang. Den haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Sollten wir vielleicht mal ein Auge draufwerfen. Oh. Das schaut... Oh, ich weiß schon, was das ist. Oh, nein. Das war das Ding. Da kommen wir immer wieder zum selben zurück. Das ist so schreckig. Ich werde es nie verstehen, das Ding. Holy fuck. Okay. Okay, okay, okay. Grün ist gut, grün ist gut. Nein, das ist schlecht. Oh. Das Ding, ich werde es nie verstehen. Das ist schreckig. Oh. Jetzt hat die Wand verändert. Holy fuck. Ähm, links, rechts, links. Oh, hier sieht es gut aus. Yes. Ich bin aber erst durchgegangen. Okay. Ich weiß, ich liese die Schilder nicht immer vor. Wie, der Gang immer eng, oder ist das nur gefühlt? Wie, der Manger, oder? Oh, Schild. Ähm, okay. Manche sagen können uns dazu bewegen, in Kreisen zu laufen. Ähm, ja. Das ist wieder größer. Bild-Update-Federling. Das ist, das ist, das ist, das Level. Alter. Walk. Sind wir jemals schon drüber gewalkt? Nö. Noch nie. So, taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Aha. Oh, what? Oh, what the f- Futsch. Wo sind wir? Oh. Wir hoffen vor allem der Herr. Hehehe. Sehr gut. Ich mag das Spiel. Das ist toll. Ich würde sagen, ich würde darum gehen, es ist nicht wert, oder? Vielleicht drückwärts? Ja. Ist gewusst. Fly. Hier wollen wir noch nicht. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir fahren uns mal hier den Weg nach drüben. Was? Das ist, was ich nicht mehr so weiß. Was? Wir haben noch hier den Weg nach drüben. Ja. Wir brauchen unsere Kräte. da waren wir schon herinnen oder ja da kam ich auch nicht weiter genau das hätte überhaupt keinen sinn gemacht das auch nicht und hier waren wir glaube ich schon oder könnte ich zum beispiel erinnern dass wir schon waren wir waren wir schon so ein bisschen wenig stein ja wenn wir definitiv schon ich habe davon würde es wohl nicht weiterkommen doch da waren wir auch schon genau da gab es die gelbe kanone oder ja genau nicht hier schon drin wenn ihr euch ganz am anfang drehen oder keine ahnung wo die rote kanone war genau hier waren wir auch schon ok 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 das war vorher noch nicht gelb da bin ich doch da war ich oben ok aber wie siehst das ding jetzt einmal gelb genau hier bin ich vor nicht weitergekommen war das das wie siehst das ding auf einmal gelb das war doch vorher blau oder doch hier war ich auch schon drin haa hier bin ich nicht weitergekommen genau hier haa genau da war ich noch nicht drin genau da war ich noch nicht was hat das ding für den sinn hätte nichts platzieren doch kann ich was hat das für den sinn mal kurz einen kleinen circle weil ich noch steine brauchen sollte später das macht kein sinn was hat das da was hat dieser raum für den sinn ok oh haa hier war ich doch heute auch schon mal oder ja genau da war das ding ok holi mohli hier waren wir noch nicht zum parten street fort ich da runter aber ich muss darunter ich möchte drüben bei der gelben farbe besser gefällt hier hoocal 9 11 11 11 12 13 13 14 14 da wo aha das ist ganz für ein brainfuck wo waren wir dort hinter darkness nein ich bin nicht gerade hingekommen da gab es nichts mehr der trug der gegen eine chainreaktion das haben wir geschafft das haben wir auch die vorsteher hier haben wir hier haben wir ein schwarzer ein schwarzer verhandeln irgendwas nicht nach unten lernen zu schnappen nicht nach unten wo war noch was wo wir nicht weiterkommen down to rabbit hole wo waren wir jetzt gerade am Schluss Lade defuse, macht keinen Sinn, do my lady das haben wir geschafft das wie im Kreislaufen wie in Depp haben wir auch probiert auch nichts gebracht ähm... okay er wo waren wir jetzt noch überall nicht drinnen das war es für ihn schütteln die Romulien und kein Sinn durch den Steine um Da hat das nichts gebracht. War das das? Hä, wie haben wir das dann aufbekommen? Wie sind wir da reingekommen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Was? Was? Hä, 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 Hä? Oh. Was? Genau, da waren wir. Sind wir weiter gegangen und dann waren wir hier. Obwohl ich könnte mal probieren. Oh, da gibt's eine Treppe. Genau, ha. Ich bin nämlich vorher auch nicht, obwohl hier drin waren. so weg sind wir nicht weiter gekommen doch sind die weiter gekommen wenn sie das ein circle und weil sie wieder steine brauchen sollten die sind alle weg genau und wenn wir hier drin das war das stranger dingster hier können wir mal reinschauen hätte großen auch bewegen kann ich sind so sind double jump oder so okay